Herzlich willkommen bei Creative Informatik AG. Die Verbindung von Technik und IT ist unsere Kernkompetenz. Wir entwickeln für Sie Ideen zu Abläufen, Konstruktionen, Hardware und Software auf ganz neuen Wegen. Im Rahmen des EU-Projektes Idioma wurde mit unserer IT-Lösung eine Verbesserung bei der Güterverteilung aufgezeigt. Zusammen mit unseren Partnern und Lieferanten werden Konzepte erarbeitet und einzelne Bereiche in diversen Tests auf ihre Tauglichkeit geprüft. Für Data Standards AG entwickelten wir ein Konzept für eine universelle Kreditkarte, die an Tankstellen und in Shops eingesetzt werden kann. Sie ist bei diversen Tankstellenbetreibern, unter anderem auch bei Vögtlin Meier im Einsatz. In Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Biel entwickelten wir im Auftrag der Stadt Biel ein System zur Übermittlung der aktuellen Daten der kommunalen Fahrzeuge. Ebenfalls wird dieses System in einem neuartigen Güterpendelzug der Firma Innovatrain integriert. Wir sind darauf spezialisiert, kundenspezifische Vorgaben in Projekte umzusetzen, von der Idee bis zum Pilotprojekt. Creative Informatik AG – Ihr kompetenter Partner für innovative IT-Lösungen. DER LW Vielen Dank.